So und da bin ich wieder und ich sehe gerade ich habe noch eine Errungenschaft Ah ja stimmt ja 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 hier lasst die Bestien los Das ist natürlich ziemlich geil und ihr seht es gleich Level 59 aufgestiegen ist natürlich auch ziemlich prall Ich habe letzten Tage echt mit dem Account fast nichts gemacht was auch richtig schade war Aber wirklich der YouTube Clan War Clan mit meinem Hauptaccount war natürlich dann wichtiger So wir ziehen nochmal klar ich meine ich weiß das ist immer so uninteressant wenn hier irgendwie Sachen gemacht werden Ich könnte natürlich gleich erstmal einen Drache bauen aber das mache ich natürlich nicht Ich muss echt sagen ich habe so ein bisschen I'm falling in love with the barbarians Also das ist echt ziemlich geil also irgendwo sind die Barbaren dann doch irgendwo ein bisschen cool Nova will runter gehen das weiß ich der will nochmal Sub 200 machen Video ist an So einfach nochmal so ja ihr werdet halt wirklich mit mit einbezogen so ein bisschen Ja einfach nochmal so eine direkte Frage in die Group rein Weil der hat einfach vor der hatte die Frage na wie sieht es denn aus Weiß da einer was Sub 200 geht da noch was momentan und ich einfach probiere es Also wie gesagt ich bin ludmäßig hier momentan einfach so in dem Schlaraffenland dass ich da einfach wirklich nicht raus möchte Und Ja Jesus das fange ich gar nicht erst an Also so so ab 100 von beidem dann wird es so langsam interessant Und Ja also selbst ich meine das Dunkle da kriege ich noch relativ wenig von ab muss ich ganz realistisch sein Weil ich brauche euch hier nicht erzählen Oh hier komm ich bin der fette Gangster der hier richtig das Dunkle wegzieht hier momentan Hier ist wirklich so viel nicht drin Nicht drin Aber gucken wir mal ich denke mal so ein bisschen was hier an Alex und Gold sollte machbar sein Die sehen nicht mega voll aus also hier ist noch ein bisschen was drin hier ist schon gar nichts mehr drin wirklich Aber ihr seht selber so wirklich schlecht war es dann doch nicht Dann hauen wir hier nochmal kurz ein paar Kobis rein So und jetzt gucken wir mal Oh die war sogar geladen Und klar da haben wir natürlich hier mit dem Magiaturm ein bisschen Stress Aber auch nur ein bisschen weil wir da mal ganz einfach eine Ablenkung machen Und dann sollte das ganz easy chillig laufen hier Genau dafür ist der King noch perfekt Warum denn nicht ich meine Wasten für sowas ja klar Ein bisschen was Gold noch gezogen So jetzt machen wir noch die 50 Und dann war es das Obwohl ne hier ist doch garantiert irgendwo was oder Nein okay Ihr seht es wieder ich bin wieder gut gelaunt Und King ist draufgegangen Oh Wen interessiert es Er kostet mich nichts Er kostet mich nur ein bisschen Zeit Guck mal Ich hoffe Im Licht passt halbwegs Nein Nicht dass die Softbox zu sehen ist Das wäre auch ziemlich Gay So Schauen wir mal hier Einwandfrei So läuft das Nicht zu viel rausgeballert Na Schon noch relativ viel Bogis Aber gut So ist das Leben Jetzt möchte ich euch zeigen Oder möchte ich euch das jetzt zeigen Oder möchte ich euch das später zeigen Mit dem Account Wechsel Ich glaube das zeige ich euch später Ich würde erstmal nochmal kurz In einen anderen Clan reingehen Und Würde Ich hau Nova einfach nochmal Nicht eine rein Sondern ich hau ihm Die spezielle Fähigkeit rein Ja ihr seht ich bin wieder Voll gut drauf Und jetzt gucken wir mal ob ich noch ein Internet Ja ich hab Internet Zugriff Dann sollte das gleich auch wieder laufen Und zwar haben wir Dinova und der wird jetzt Anführer Ja sehr Oh Finn Finn Du sprichst mir einfach aus der Seele Weil es Gerade darum ging Dass ich ja einfach nochmal in einen anderen Clan reinmarschieren wollte Aber hier haben wir natürlich auch Wie er nur Bartsch Deswegen nur kurz Ran gesoomt Und Auf 4 gestellt 50% Ich würde gar nicht weitermachen Ich hätte gleich Zack abgebrochen Fertig Kommt doch nichts mehr Wir haben noch keine Zeit Ne aber läuft Einwandfrei Ist drin Finn Ha 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 Jetzt hau ich hier noch den übelsten Satz raus So 110 Also die Hälfte Ne nicht mal mehr als die Hälfte Ich kann ja erst 200 Troops bauen Ja lief ich jetzt oder lief ich nicht Doch ich liebe Ja Na geschlossen ist ja Blödsinn Ich muss mal gerade gucken wie ich mit den Pokis bin Nicht dass ich dann wieder da sein Nee Nicht reinkomme Anpassen Wir sagen Nur auf Einladung Und wir sagen mal mit den Pokis Ein bisschen Falls ich runterfallen sollte Kriegshäufigkeit Hey, was geht Gerade Video So, ja, der Berserker ist auch da Den werdet ihr bestimmt auch kennen Wenn ihr Beim Star Mobile Fanboy immer mal vorbeischaut Dann ist der Berserker nämlich beim Marble Öfter mal im Clan drin Wobei ich auch denke, dass Hau raus Dann Geht's ja hier richtig cool los Also dann brauche ich den ja am Ende doch gar nicht liefen Das ist natürlich ziemlich geil Und dann noch danach mein Achso, nebenbei noch Ich wollte euch das nochmal kurz Rein ziehen lassen Ich bin jetzt hier schon beim Upgrade Auf die 3, der ist noch auf 2 Aber das sieht auch ganz cool aus Ja, WTF Base plus Loot Das eine zieht das andere Meistens hintereinander rein Ja, also sehe ich genauso Würde ich erstmal genauso machen Also ich hätte sogar Die Bogies hier erstmal nicht genommen Ich hätte erstmal nur Minenwerfer gekillt Zack, der ist weg Dann Bogie Ne, ne, ne Blödsinn Nicht gleich Bogietum Dann hier einmal rum mit den Barbaren Weil echt geil Was, was soll man dazu sagen Wie gesagt, ich habe die Barbaren ja noch nie genommen Und wirklich wie die Barbaren doch echt Abwetzen Das geht richtig übel ab Also da hier rum Und dann alles andere Also erstmal Fläche gekillt Logischerweise Und dann geht's weiter Aber hast du dem auch gar keine Chance gelassen Den Minenwerfer Ja, hier geil läuft So Noch nicht, wer weiß wie viel verballert Gefällt mir Und dann hier die Sachen eben auch Weil hier die Minen Hier die ist Oh, schlag mich nicht 9 Ich bin der Meinung Das müsste eine 9er-Mine sein Wo ist das eine 8er? Irgendwie Eine 8 oder 9 Also auf jeden Fall Die ist definitiv besser als diese Und deswegen sollte die auf jeden Fall vorher fallen Aber die fällt ja eh Weil es ein 100er-Raid war Genau Dann hier noch Da noch Und dann Ist das alles ganz cool Also wirklich Was die Barbaren aushalten Und wie gesagt Was sie auch an Stärke austeilen können Und was mich natürlich auch total glücklich macht Ist halt wirklich die Überarbeitungszeit Also sind wir mal ehrlich Ich meine Du haust ein Barbar raus Ich meine Das sind 5 Sekunden weniger Als so ein geliebter Boogie von mir Da muss ich echt sagen Deswegen habe ich das jetzt auch Mittlerweile dann auch In dem zweiten Account halt Immer wieder drin Dass ich da eben auch hier und da Mal ein paar Barbaren nehme Die Barbaren-Barbara Ne Rabarber-Barbara Rabarber-Barbara Genau Da gibt es so ein Video Könnt ihr mal einfach googeln Wenn ich es euch nicht reinsetze Bei Äh Im Link Wenn ich es wieder vergessen habe Einfach mal Rabarber-Barbara Googeln Er grüßt seinen Bruder Cool Mist war der Fall Sehr geil Tja dafür ist ja zu spät Jetzt haben wir uns angeguckt Äh Mein scheiß Zeit Ach komm Gucken wir mal Okay Okay Na Na Das ist Da fehlen mir leicht die Worte Da fehlen mir wirklich leicht die Worte Die Sache ist einfach die Es ist ja eine totale Eine richtig totale WTF Sache Ja Also so leicht abartig Ähm Die Sache ist die Wenn man jetzt sagt Gut okay Also hier so eine Sache hier Das ist ja sogar noch Halbwegs verteidigt So wo man sagt Äh ja okay Aber man kommt ja logischerweise Trotzdem ran So das ist ja nicht das Thema Aber Was mich so ein bisschen Äh Irritiert ist halt wirklich Das ist einfach mal Kristall 1 Also wir sind hier nicht Irgendwie Silber 3 Oder sowas Sondern wir sind hier Einfach mal Kristall 1 Und Da komme ich irgendwo Nicht so ganz hin mit Finde ich ein bisschen Kurios Aber okay Soll dann halt so sein War Ansonsten Die Sache ist die Äh Weil ich Ich dachte mir halt auch Warum hat Styler den jetzt angegriffen Weil Loot mäßig sind wir ehrlich Ist da jetzt nicht wirklich was zu holen Bis sobald man dann eben Wirklich auf Den Bereich der Liga guckt Sagt man sich Naja Erstens Wir haben einen gewissen Loot Bonus Und zweitens Wenn er halt ein bisschen weiter nach oben wollte Heute ist das ja der gefundene Gegner Sind wir ehrlich Aber ansonsten ist das echt schon Hart an der Grenze Base-technisch halt Krasses Pferd Kleinen Moment Ist die Ist die Zeit jetzt echt abgelaufen Kleinen Moment Jetzt muss ich mal kurz gucken Weil das wäre ja dann mega Also wir hatten Wir hatten drei Also ja doch Die waren um Echt Krass Da hast du dir echt zu viel Zeit Das sah gar nicht danach aus Guck mal hier so zeitlich Sind wir chillig dabei Zweieinhalb Minuten noch Alles easy So Okay Ja hier Ein bisschen Ich hätte nie damit gerechnet Dass da die Zeit umgeht Hossa die Waldfee Hossa die Waldfee Dann war das ja ein richtig Eine richtige Scheiß Aktion Dann hat die ja richtig Richtig weh getan Denkt man nicht Denkt man echt nicht Weil wisst ihr ja selber Wenn ihr so guckt So Hm ja Ein bisschen was kaputt gemacht Ja Boah Der ist ja richtig Richtig Ärgerlich Mann Achso ja stimmt Ah ja Nova Ah ja das Ja Nova Da werde ich Erst mal Hingehen So Ja jetzt Jetzt geht hier natürlich Beste für Pokejagd Von Denkste wohl Geiles Ding Gucken wir mal rein Ja auf jeden Fall Alter auf jeden Fall Auf jeden Fall Und jetzt kommt der Knüller Jetzt kommt der Knüller Ich mein Ihr seht selber Ihr seid nicht doof Aber Guckt mal Dadurch dass er natürlich Sogar noch Champion ist Hat Denkste wohl Natürlich nochmal Richtig fettgeile Karten Also er kriegt Richtig fett Bono Also nicht Bonus Sondern er kriegt Richtig fett Äh Sachen hier Boah Da bin ich richtig gespannt Boah Ich muss richtig schön Ranzum Ich finde das so geil Wenn das so richtig schön Dicht dran ist Und man das richtig schön Alles beobachten kann Und ich weiß noch Ich weiß noch In dem Ah der ist ein bisschen Tick zu früh Zumal Der ist ein Tick zu früh Aber gut Das Äh Bei Level 2 Ich hab den glaube ich Nur Level 1 Und Da ist natürlich Bei mir noch nichts los Da Äh Hält ja 20 Sekunden Oder sowas Aber hier ist es ja Voll easy Bloß guckt mal hier Wenn jetzt natürlich Dann die Königin Nicht mehr reinspringen würde Würde man sagen Wäre es ein Fail Ja die jumpt aber noch rein Alles cool Alles cool Keiner hat es gesehen So und jetzt natürlich Noch richtig Jetzt noch richtig Loot Option Und fertig Richtig geil Wir haben einen Golem Der tankt Wir haben richtig Richtig mafiose Sachen Hier am Start Mit der Queen Und ich wette mit euch Ich wette mit euch Die Queen ist Ha schade Zeit Du wirst abgebrochen haben Aber ich hätte mich sonst gesagt Die Queen hat sich garantiert Noch das dunkle gesnackt Aber warum hast du nicht Weiter laufen lassen Ich meine ich verstehe dir Ich verstehe dir Ja genau Ich verstehe dir Ähm Du Ne ich frage dich einfach mal So Weil wie gesagt Das ist äh Ein bisschen Schade Weil da hätte ich mir Natürlich nochmal Richtig richtig Gewünscht Weil ich meine Es sind immerhin 1,8 oder Sind wir ehrlich 1,8 Haben oder nicht Aber es kann schon sein Du warst vielleicht Im Boost Und hast dir gesagt Komm die Queen Will ich gleich beim nächsten Mal Wieder nutzen Ich hau hier auch noch einen rein Ey ich wollte eigentlich Den Clan lieven Eigentlich Ich glaub da wird nichts mehr Ja ich werde immer noch Nicht angegriffen Mit dem Account Also ich bin wohl immer noch Offiziell Unterm Radar Kann ich nicht anders beschreiben Weil Es ist einfach so Man hat das Rathaus draußen Man ist Ganz easy am chillen Man hat jetzt Klar Nicht die Mega Ressourcen Am Start Aber irgendwas muss ja sein Ich bin voll So Zack 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 Also irgendwas muss es ja sein Ich weiß ich bin ein Arsch Ich weiß ich bin ein Arsch Aber ich hab drei Blitze Und da steht ein dunkles Lager Ganz ehrlich Ihr wisst selber Habt bitte Verständnis dafür Ich kann nichts anderes dazu sagen Wirklich Das sind 1,9 Ihr wisst selber In dem Bereich Ist das ein bisschen schwierig Mit dem Dunklen Da ist es wirklich ein bisschen schwierig So jetzt mach ich hier noch eine kleine Ablenkung Weil ich will natürlich definitiv noch das Dunkle aus Alter what the fuck Nein, 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 nein Magier Ihr Geht bitte nach Hause Und die Show ist vorbei Bitte, bitte, bitte Ich jag euch sonst immer überall rum Ist mir vollkommen egal Ich krieg das Dunkle auf jeden Fall Glaubt mir das mal Wenn nicht Machen wir hier mal Trick 17 Und ihr geht jetzt garantiert alle da lang Und ich blitz euch Ja immerhin 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 Ja geil Sehr cool Sehr cool So da Klar Hier muss man aufpassen Also nicht zu viel Spam Weil es sonst einfach gar nichts bringt Alter Wir haben 300 Fooking K An Alex Da muss man natürlich auch noch mal ein bisschen dafür sorgen Dass er ein bisschen weniger hat Oder Also Ich meine zu viel ist ja nicht so gut Er weiß ja gar nicht was er damit anfangen soll Oder Hier noch ein bisschen Dunkles Oh Bei wem läuft das gerade Ja bei mir stimmt Ja ich hab's gerade gehört Sehr geil Auf jeden Fall Dann holen wir uns hier noch was Gold Ja Und dann interessieren mich natürlich die Magie auch absolut gar nicht Alter der wurde gerade von einem der wirklich Truppenmäßig natürlich total unterlegen war Wurde der Ja gut erleichtert Also für mich in dem Bereich Ein Tausender am dunklen zu ziehen Ist eine geile Aktion auf jeden Fall So und wieder eben ganz ganz günstige Troops Und dann passt das 7,6k dunkles Das ist nice Ich glaube ich brauche 15 Für die Stufe 3 vom King Und dann Läuft das halt auch wieder Nächste Stufe Anderthalb Mille Die Kasernen Jeweils Dass ich es auf Drachenlevel Ja Hm Dachte ich schon Ja Ne weil Ich dachte mir halt Irgendwie so muss es ja sein So Genau Krass alter Wir haben schon wieder 20 Min Ey es gibt's gar nicht Ey aber es macht einfach Fun Ah genau Also Nova wurde angegriffen Was hat er denn bitte probiert Was hat er denn gemacht Oh das geht ja voll in Fail Angriffe über oder Das war richtig Das war eine richtige Holz Nummer Die ging ja gerade gar nicht Na ja schön Oh ja klar Logisch Das Alex hat er dann Ach nicht mal Aber ich hatte mir Nova's Base schon angeguckt Und sagte ja auch Ey Das hat Hand und Fuß Irgendwo Und Das gefiel mir ganz gut Und Das sieht man ja Also Läuft halt Also Kann man Nicht Meckern tun Einwandfrei Acht Mauerbrecher Richtig Aber richtig So und jetzt muss ich Ey ich Ich krieg's gar nicht auf den Teller Alter Ich muss erstmal wieder abbrechen Ich muss euch erstmal wieder Tschüss sagen Und ihr seht mich vielleicht Morgen wieder Ich wünsche euch was Reingau Und tschau tschau Ich wünsche euch mal Ich wünsche euch mal Untertitelung. BR 2018